Zack, Alter, jetzt laufen Fortnite-Clips von mir. Die müsst ihr auf jeden Fall sehen. Okay, let's go. Nur Munition, mehr brauch ich nicht. Nun hab ich keine Pump-Munition. Nächster Kill. Ich hab den 7er-Dingsther gemacht. Du hast den 7er-Hit gegeben, nur vielleicht. Ja, weil ich gewollt bin. Ja, und ich spray ihn grad mit der größten Sprayer-Wafan, die es in dem Spiel gibt. Ja, du bist ja auch ein Sprayer. Ich spiel, ich spiel nie Sprayer. Ich spiel zum ersten Mal mit Sprayer. Ich hab mich nicht hier abgeschafft, ne? Weil du so gut bist. Komm, komm, komm. Hast du gesehen? Mein, mein Play, guck mal. Hast du gesehen? Mein Play, hast du mein Play gesehen? Digga, Maxim, er steht wieder mein Kind. Ich hab noch jemanden. Er ist Watchdog. Ja, ich hol ihn jetzt auch. Ja. Du bist 6-Ese, ich bin nie wieder mit dir. Nein, ich hab ihn dir nicht gesehen. Oder wohin guckt der hin? Das ist so ein Bot, Digga. Ja, wegen mir habt der Bots, Alter. Wir haben nur Bots als Gegner bekommen. Nur Bots. Digga, er kriegt mich ja nicht mal gehittet, Digga. Er läuft auch nicht mit einer Waffe in der Hand zu. Ja, ich hab... Ja, mir ist episch ein Sieg. Maxim hat den Grad noch so verholt gestellt. Gar nichts. Ich hab doch gerade gesagt.